hallo meine lieben freunde da ist ja wieder euer uber heute folgt ihr mir so ein bisschen auf meinem kleinen ausflug heute den wir machen hier mal so an der südküste mallorcas entlang bis hoch nach puerto colón und wir sind jetzt in calle pi das ist unten im süden 30 kilometer weg ungefähr von el arenal und hinter mir habt ihr den torre de pi das ist also das kleine wahrzeichen dieses kleinen dörfchens und jetzt drehe ich mal so ein bisschen rum und dann habt ihr mal so einen wunderschönen blick eigentlich ich heb mal so ein bisschen an so hinter mir auf die tolle bucht und ihr seht wir haben sonne und ihr seht natürlich das blaue wasser das meer ist absolut ruhig wir ungefähr 20 grad und ist also schon traumhaftes absolut traumhaftes wetter und heute nehme ich euch so ein bisschen mit so an der küste entlang ohne groß da die worte zu verlieren einfach so ein paar eindrücke zeige ich euch dann mal von der schönen küsten gegen so ich wünsche euch viel spaß beim schauen nachher von meinem video bis demnächst tschüss euer uwe so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020